Alle reden über das, was aus Paraguay nach Brasilien kommt. Aber niemand spricht über das, was Brasilien dorthin schickt. Alle Arten von Verbrechen. Banküberfälle gehören in Brasilien schon immer zu den häufigsten Verbrechen. Wir sprechen hier von einem Zusammenschluss mehrerer Gruppen, die gemeinsam die wahrscheinlich größte Bankräuberbande auf der ganzen Welt bilden. Was wissen Sie über Soules? Wo kommt dieser Typ her? Er taucht plötzlich auf und ist der Chef der Befreiungsaktion und dem anderen Scheiß. Heutzutage wischt kein Dieb mehr seine DNA ab, weil diese Technik in Brasilien bei solchen Verbrechen nicht angewandt wird. Hände über den Kopf! Ich hab noch nie erlebt, dass ein Raub so aufgeklärt wurde. Und ich nicht, dass Sie sich so schnell mit einem Partner verstanden haben. Halt an, halt an! Weg hier, weg hier, weg hier, los! Ich will die Hände weg! Wollten Sie nicht DNA, Chef? Die Badezeit ist vorbei. Bundespolizei, Waffen fallen lassen! Los, 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 los! Hinlegen! Dazu, wir müssen tun, was wir tun müssen, um die zu kriegen, die wir kriegen müssen. So läuft das verdammt nochmal an. Keine mehr Dinge, auf der Fall!